Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist eine Dreileiere, eines der ältesten Instrumente der Welt. Und das Ding gibt es schon seit dem 9. Jahrhundert. Vor allem innerhalb des Byzantinischen Reichs war es mega populär. Ich bin nicht ganz sicher wieso, aber diese matschigen Katzen gehören zu den beliebtesten Spielsachen, die du momentan kaufen kannst. Es gibt eine spezielle Pflanzenart, die du damit Seifenblasen kannst. Nein, 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 nein. Die Kamelen sind unglaublich schön und mysteriös. Und so hat eine neue Überwachungskamera installiert, die dann den Schneeleopard verschreckt hat. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.